Product Update, Sondermeldung hier heute live von Hilbert und ich erkläre euch heute ein was zum Alex Mitsurow Colorway Schuh von Osiris, das ist der Thron heißt er und da gebe ich euch ein paar Lies Hals zu. Der Alex Mitsurow Schuh, besser gesagt die Colorway, kommt hier schön mit einer vulkanisierten Rolle, wie ihr seht. Super grippig von unten, habt ihr perfekten Halt auf dem Board und von außen natürlich auch vulkanisiert, damit haut die Dolis auf jeden Fall mal fünf Meter hoch. Super gut verarbeitet und doppelt vernähtes Leder. Ihr kennt das alle, Schuhbänder gehen am allersten kaputt am Schuh und deswegen hat dieses hier direkt mal zwei Schuhlöcher wo ihr eure Schuhbänder drunter packen könnt. Hier einfach drunter und das Schuhband wird nicht mehr kaputt gehen. Mietze, gib weiterhin Vollgas, bist ein cooler Typ, ich bin raus mit deinem Schuh, den nehme ich mit jetzt, ne? Peace then! Mietze, gib weiterhin Spaß! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020